So, das Stone Cold-Szenario ist leider in meinen Augen schon wieder vorbei. Es gibt noch das eine Bonus-Match, was dann allerdings das nächste Szenario einleiten wird. Es ist das Match zwischen Undertaker und Kane, auch bei Unforgiven in Pay-Per-View, den wir im letzten Part miterlebt haben beim Kampf zwischen Austin und Dude Love. 26. April 1998, Greensboro, North Carolina, Undertaker gegen Kane, das Szenario hierzu. Dieser WrestleMania-Rückkampf zwischen Undertaker und Kane würde die Einsätze der beiden Brüder sogar nochmals erhöhen, mit der Einführung eines weiteren teuflischen und potenzialtödlichen Matchtyps. Seit seinem Debüt bei Bad Blood standen sich Kane und sein Halbbruder Undertaker in zudem grausamen Matches gegenüber. Das Match bei Unforgiven sollte nicht nur das letzte Match ihrer ersten Fähne, sondern auch das erste Inferno-Match in der Geschichte der WWE sein. Ja, ein Inferno-Match, wie der Name schon sagt, da brennt etwas. Und was hier brennt, ist der Ring, zumindest außerhalb, beziehungsweise an den Kanten am Apron. Und was man machen muss, ist den Gegner zum Brennen zu bringen. Das war früher Standard, solche Matches. Die sehen wir heute leider nicht mehr. Ja, historische Bonus-Ziele. Führen einen Signature-Move aus, führe einen Chalk-Slam aus, bringe Kane Schaden auf kritisch und führe einen Standgriff aus. Verstecktes Ziehen. Zuletzt hat man, glaube ich, ein Inferno-Match 2007 gesehen, wenn mich nicht alles täuscht oder was, sogar 2008 noch. MVP war da, glaube ich, involviert gegen Kane. War gar nicht allzu lange her, eigentlich, ne? Aber das war dann auch das letzte Match. Ja, aber hier war das das erste Inferno-Match aller Zeiten. Die haben sich wirklich auf den Gipfel getrieben. Hell in a Cell, Inferno-Matches, Buried Alive-Matches. Und jetzt eben hier der brennende Apron. Das war bestimmt nicht allzu cool, da zu wrestlen. Ich meine, du kommst ja so schon schnell aus der Puste und schwitzt, aber da nochmal förmlich in einem Backofen Dich noch zu bewegen, ist bestimmt nicht allzu angenehm. Vor allem dann nicht als derjenige, der in Flammen gesetzt wird. So, Keynes Schaden ist auch leicht. Wir müssen allerdings ein Signature ausfüllen und dann den Chokeslam. Undertager kontert hier. Undertager ist einfach so gewaltig. Schau an diese Reversation. Ach, da kann man ihn versuchen in die Flammen, okay. In die Flammen zu drängen. Ja, das war also die erste Fede zwischen Keynes und Undertaker, die wirklich sehr lange ging. Allein die Vorgeschichte, wir haben es hier gelesen, waren glaube ich sieben Monate, bis es dann zum ersten Match gekommen ist. Und dann die Storyline an sich noch. Und, wie gesagt, das markiert dann das Ende der ersten Storyline. Wirklich sehr episch. Bevor noch andere Storylines folgten. So, Chokeslam. Signature Chokeslam haben wir damit erledigt. Jetzt müssen wir einen Standangriff ausführen, wenn Keynes Schaden kritisch ist. Haben wir. Ich will hier Dingens, kein Submission Move ausführen, sondern nur einen Standangriff. Hallo. Ja, haben wir jetzt. Er wirft Keynes aus dem Ring. Brennt er? Für Renner von 20 Sekunden einen Sprungangriff nach außen im Lauf an. Okay. Und Undertaker hier mit dem Suicide Dive, den er auch schon bei Shawn Michaels, den er beispielsweise auch gegen Shawn Michaels gezeigt hat bei WrestleMania 25, einer seiner signifikanten Moves auch. Und Kane brennt. Kane ist on fire. Das Match ist gewonnen. Undertaker hat seinen Bruder angezündet. Das Match ist vorbei. Und gewinnt das erste Inferno-Match und besiegt damit das Ende dieser Storyline zwischen ihm und seinem Bruder Kane. Was haben wir freigeschaltet? Undertaker 97 bis 98 und die Anfuhr geben 1998. Arena ist dann damit also spielbereit. Werden wir jetzt zum nächsten Event switchen. Das nächste Szenario ist das der Brothers of Destruction. With the Helm of Iron Ah, Moment. Das hatten wir ja schon. Da will ich jetzt nicht hin, denn das Bonus-Match war ja jetzt vor dem Over-the-Edge-Pay-Per-View datiert. Da wollen wir ja wie gesagt nicht hin. Das breche ich kurz ab. Kann ich hier abbrechen? Oder muss ich... Ne. Müssen wir uns kurz durchklicken. Bevor wir dann mit dem neuen Szenario anfangen. Der Storyline rund um Kane und den Undertaker. Die Brothers of Destruction. So. Austin Dudlath haben wir schon gesehen, wie gesagt. Demnach können wir zurück ins Zeitachsen-Menü und von dort aus weitermachen. So. Kane gegen Undertaker. 1. Juni 1998 in Chicago, Illinois bei Monday Night Raw. Hintergrund. In der Nacht nach Over-the-Edge zeigte Mr. McMahon sein Missfallen, indem er Mick Foley für seinen Scheiter gegen Austin öffentlich demütigte und feuerte. Sein Weggang sollte den Weg für einen neuen Hauptherausforderer ebnen und die Undertaker befand, dass und die Undertaker befand, dass seine Zeit gekommen war. Durch seine Forderung nach einem Titelkampf würde an eine besondere Bedingung von Mr. McMahon geknüpft sein. Ja, Foley hat es also wieder nicht geschafft, Austin den Titel abzunehmen. McMahon war so pisst und hat ihn mal eben rausgeworfen. Die Austin-McMahon-Rival hat die Tide in der Monday Night War. Ich bin mit dir, ich bin mit dir, ich bin mit dir, nicht nur bei einem langen Schatz. Mr. McMahon tried multiple solutions to tame the Rattlesnake. But transforming Mick Foley into his corporate crony was plan A. Things may have started to go awry for Mr. McMahon and company. The Rattlesnake has struck! Austin is still a champion! A plan that no longer served him any purpose. Your services are no longer required. While Mr. McMahon made it clear that dude love would have to go, a certain phenom voiced that he was here all along and would not be moved. Even after all his hand-chosen favorites left town, I stayed by his side thinking my time would come. How do I get repaid for that? He forces me to fight my own brother. That's gotta be Kane! He's waited 20 years to face his brother! Oh, this is a war! This is a war where there will be casualties. And after the last eight months, I've had enough. Now it's time The Undertaker got what is rightfully his. You want to be the number one contender! Let's see what happens when you have to face your brother, Kane! Yeah, just the story line abgeschlossen and must Undertaker again again and take it because he will number one contender of Austin's WWF Championship be. McMillan says okay, under one condition. First of all Kane will be. And so it goes on between Undertaker and Kane. Match-Sleeve wins the match. Historische Bonus-Sleeve for a choke-Slam out. He's got to be the attitude-moment for a Tombstone-Piledriver and within 10 seconds a Pin on Undertaker aus. Das heißt, wir spielen diesmal als Kane und nicht als der Deadman. Chicago, Illinois ist also die Stadt, die diese Raw-Ausgabe ausgetragen hat. Kane weiterhin mit Paul Barrow unterwegs und Undertaker, der wieder ins Titelgeschehen eingreifen wollte. Und los geht's. Kane legt erstmal los mit einer Closeline gegen den Taker und macht hier weiter mit einem Suplex. Nochmal hier ein DDT und jetzt ein schöner Boot gegen den Kopf. Aber der Undertaker kontert diesmal und wir müssen uns ranhalten. Zeigt nochmal einen Move gegen uns. Und wieder ein paar Moves gegen uns. Behält jetzt hier so die Oberhand. Ja, wenn wir hier gegen den Taker kämpfen und versuchen zurückzukommen, gehen wir vielleicht mal auf das aktuelle Titelgeschehen auch bei der WWE ein, was jetzt zum Beispiel die Midcard-Title angeht. Da bin ich noch nicht großartig drauf eingegangen. Wir haben ja in den ersten Parts gesehen, dass schon Michaels den European Championship für sich gewinnen konnte, das Pendant zum heutigen United States Championship bei der WWE. Titelhalter da momentan Antonio Cesaro, habe ich euch schon gesagt, halte ich eigentlich viel von. Er bekommt auch seine Zeit am Mic im Ring. Also das finde ich ziemlich gut, wie man ihn pusht. Er hat auf jeden Fall einiges drauf und man merkt, dass auch die WWE in ihn glaubt und ihn aufbauen möchte. Der zweite Midcard-Title Intercontinental Championship Wade Barrett ist es geworden, der eigentlich längst überreif ist für das Main Event, allerdings jetzt wieder in die IC-Titelfäde beziehungsweise in das Intercontinental-Titel Geschehen gesteckt wurde. Ja, was soll man davon halten? Er bekommt nicht so viel On-Air-Zeit, wie jetzt zum Beispiel ein Antonio Cesaro, muss sich häufig hinlegen, auch jetzt neulich wieder gegen Randy Orton, ich glaube zum dritten Mal in Folge. Ja, Barrett war ja schon während der Nexus-Zeit eigentlich kurz davor den Sprung ins Main Event zu schaffen, auch während der Storyline gegen John Cena. Aber die WWE traut sich noch nicht so wirklich. Letztes Jahr sollte er den Money in the Bank Koffer gewinnen, hat sich allerdings kurz vor WrestleMania verletzt, denn im letzten Jahr war tatsächlich geplant, Money in the Bank wieder bei WrestleMania stattfinden zu lassen. Das war eigentlich schon in trockenen Tüchern. Barrett sollte gewinnen, aber hat sich verletzt, sodass man dann Money in the Bank cancelte von WrestleMania und dann doch wieder auf den Pay-Per-View setzte. So haben sich dann Cena und Dolph Ziggler durchgesetzt bei den jeweiligen Man-In-the-Bank-Matches und Undertaker hat mich jetzt gerade wirklich an den Eiern. Ja, White Barrett sollte gewinnen und wäre dann wahrscheinlich schon längst World Champion geworden, hat sich verletzt und jetzt muss er wieder von unten anfangen, jetzt wieder in der Mid-Card unterwegs. Kane schafft noch den Kick-Out zum Glück. So, der Referee bekommt mal hier wieder eins auf die Mütze und Taker mit einem Choke-Stim gegen Kane noch. Der Referee ist out und da ist plötzlich Mick Foley. Mick Foley ist noch gefeuert, aber er ist wieder da. Aber Undertaker kämpft sich zurück. Kämpft gegen die Claw an. Kane, Taker wieder im Ring und der Referee steht auch wieder. So, Kane jetzt hier, Tombstone Pile Drive. Wir haben danach zehn Sekunden einen Pin am Taker auszuführen, um dieses Szenario erfolgreich abzuschließen. Tombstone Pinfoil jetzt, komm. Ja, wir haben ihn. Kane besiegt den Undertaker. Und damit ist Kane der Number One Contender auf Austins World Title. Das hat dann quasi die Storyline um Kane und Undertaker nochmal aufgewärmt, die ja eigentlich abgeschlossen war, aber jetzt ist es Kane, der eben gegen Austin antritt und nicht der Undertaker, der sie ursprünglich sein wollte. Paul Barra haben wir als Belohnung freigeschaltet und wir machen jetzt weiter im nächsten Szenario. Schauen wir mal, was das sein wird. Kane und Mankind gegen Austin und Undertaker am 15. Juni 1998 San Antonio, Texas. Die Geschichte. Die Matches für den King of the Ring Pay-Per-View zwei Wochen später standen fest. Mankind sollte gegen Undertaker antreten und Kane gegen Austin. Aber bei dieser Episode von Raw war nicht so klar, wie es zunächst den Anschein machte. Mr. McMahon und Paul Barra sorgten für Verwirrung mit Aussagen darüber, dass sich Undertaker und Kane verbündet hätten. Match-Ziele gelangen zur Vorderseite des Käfigs. Verstecktes Ziel, verstecktes Ziel, verstecktes Ziel, verstecktes Ziel. Toll, also wissen wir gar nicht, was wir machen sollen, außer zur Vorderseite des Käfigs zu gelangen. So, Austin jetzt hier im Entrance-Bereich. So, und wo ist jetzt die Schwierigkeit? Ich bin noch bei der Vorderseite des Käfigs oder was ist hier los? Ja, auf jeden Fall Hell in a Cell Tag Team Match. Auch richtig geil, haben wir schon lange nicht mehr gesehen bei der WWE. Zuletzt glaube ich bei Breaking Point, der Pay-Per-View, der nur einmalig aufgeführt wurde, 2009. Das war so ein Konzept-Pay-Per-View, bei dem es darum ging, Submission-Matches auszutragen. Und das war dann das Submission-Hell in a Cell Match zwischen der DX und Legacy, Cody Rhodes und Teddy Biasi. das war glaube ich zuletzt das 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 letzte Tag Team Match in einem Hell in a Cell Match und Austin verpasst mir jetzt gerade hier einen Piledriver und ich muss hier Austin K.O. schlagen innerhalb von zwei Minuten sogar noch und er hat noch die Unterstützung von Foley beziehungsweise Mankind. So, Kane mit einer Powerbomb. Nicht, sorry! Foley ist hier für uns. Ich täusche mich, sorry, aber tue natürlich auch nichts, um hier uns zu unterstützen. Ja, Breaking Point. Das war 2009, da ging es langsam los mit diesen Konzept-Pay-Per-Views. Halte ich jetzt nicht so viel davon, ehrlich gesagt. Ja, zum Beispiel hier Pay-Per-View Money in the Bank, da werden Money in the Bank Matches ausgetragen und Breaking Point ist dann Mission Matches. Finde ich nicht so toll, weil da bleibt irgendwo die Spannung aus, wo du weißt, okay, ich muss einen ja warten, um so Mission Matches zu sehen und du weißt damit auch automatisch, in diesem einen Jahr wird nicht viel, was dann Mission Matches angeht, passieren, sondern erst dann beim Pay-Per-View beispielsweise. So, Barrow muss dann halt von einer Minute K.O. geschlagen werden vom Undertaker, der plötzlich im Ring und in Hell in a Cell auftaucht. Oder was ist noch, so ein Pay-Per-View, zum Beispiel Fatal 4-Way ist auch nicht aufgegangen, nur Fatal 4-Way Matches. Die WWE rückt allerdings noch nicht davon ab. So gibt es zum Beispiel weiterhin TLC. Da kannst du dir eigentlich sicher sein, ich werde innerhalb dieses Jahres wenige andere TLC-Matches sehen, außer beim TLC-Pay-Per-View. Du nimmst also irgendwo auch schon die Spannung raus bei den Stipulations rund um die Storylines, was ich schade finde. So, bekommen wir Barrow hier noch klein? Ja, hat gereicht. Undertaker zerstört Paul Barrow inside Hell in a Cell. Wir haben das Bonus-Match 5 reingeschaltet vom 28.06.1998. Und wie gesagt, deshalb finde ich diese Theme-Per-Views eigentlich nicht wirklich gelungen. Eine Ansicht zumindest. So, für diesen Part war es dann. War es das dann? Wir sehen uns dann übermorgen wieder. Wenn wir dann weitermachen in der Storyline um Kane und Undertaker, vielleicht ein kurzer Vorausblick auf das Bonus-Match, was wir freigeschaltet haben. Das ist das Match zwischen Kane Chemrock und The Rock, was wir uns dann als erstes im nächsten Part geben werden. Dankeschön fürs Zusehen und macht's gut. Tschüss.